So, hallo liebe Pokémon-Freunde, mein Name ist Piotopi, willkommen auf meinem Kanal und heute öffnen wir die Pokémon Samazenta Tin Box. Samazenta Wii, oder V, werden sehen, ich habe diese Box schon vorbereitet, was steht hinten drauf, was haben wir drin. In dieser Tin Box findest du eine von zwei holographischen Pokémon Wii, Sakyan Wii oder Samazenta Wii. Vier Pokémon-Booster-Packs des Pokémon-Sammelkartenspiels und eine Code-Karte und ja, das war's. Also, ich habe die jetzt schon vorbereitet, weil die Boxen haben leider keinen Zipper zum Öffnen, das heißt, man braucht entweder ein Messer oder rohe Gewalt. Sie ist aber noch so weit verpackt, dass ihr seht, da ist nichts gefakt worden. Machen sie jetzt mal auf. So, hier vorne haben wir das Samazenta Wii in Holo. So, eine richtig schöne Karte, gefällt mir sehr gut. Tolles Artwork, wir haben hier oben wieder eine Code-Karte. Dann haben wir hier einen Booster-Clash der Rebellen, zwei Booster-Clash der Rebellen, einen Booster-Sonne-Mond-Aufziehen der Sturmröte und einen Booster-Stunde der Wächter. Im Großen und Ganzen müsste es das schon gewesen sein. Dann schauen wir mal, ich würde sagen, wir machen zuerst die Clash der Rebellen-Booster auf, mal sehen, was wir da ziehen. Vielleicht haben wir da ja noch was Schönes drin, wer weiß es denn. Die Code-Karte kommt weg. Eins, zwei, drei, vier. Schauen wir mal. Energiekarte, Pelipper, Prozon, ein Nugget, Eguana, Ramogles und hier ein Lichthell, Corazon. Tora, was haben wir da, ein Galar-Ugnatol, heißt Reverse-Holo und ein Galar-Mautsinger. So, machen wir gleich den zweiten Clash der Rebellen-Booster auf. Schauen wir mal, was drin ist. Eins, zwei, drei, vier. Energiekarte, Galar-Mine 1, Camicola, Elektroball, Schneebek, schönes Artwork, cool gemacht. Mato, und Ratitox, der Blick, gigantisch gut. Dusselko, wieder Eguana. Legius als Reverse-Holo und Silenbrin als Holo. So, schön, gut. Das waren die Clash der Rebellen. Dann gehen wir weiter zur Stunde der Wächter. Schauen wir mal, was wir dort drin haben. So, gucken wir mal, Energiekarte. Wir haben ein Tintoxa, Balband, Mondscheiben-Podium, Tarnhell, Tintaha, Pipi, Schmelbe, Carnivana, Oh, Oho. Kugmarda als Reverse-Holo und Tortunator. Okay, das waren die Sonne-und-Mond-Stunde der Wächter. Die gehen weiter zur Sonne-und-Mond-Aufziehung der Sturmhäute. Die Karte kommt wieder weg. Zwei, drei, vier. So, wieder eine Energiekarte. Konterfänger, Krebit, Hydragil, Kamaube, Quiekel, Fablu, Spoink, Palimpalim. Schaut irgendwie ein bisschen verbeult. Jetzt haben wir hier ein Reverse-Holo-Gengar. Dahinter. Registil. Okay, so, das war das kleine Video zur Box, sagen wir mal, Sentavi. Vier Booster haben wir geöffnet. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert meinen Channel. Wir YouTuber leben hier vom Abos. Und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder beim nächsten Video von mir. Bis dann. Viel Spaß beim Spielen und beim Sammeln. euer. Euer. fetisat digitale